Guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht es mal um den deutschen leichten Panzer, den Begleitpanzer 57. Ja, hier ist das schöne Ding und ich muss sagen, mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut, obwohl er natürlich jetzt ein bisschen genervt wurde in Anführungsstrichen, weil die jetzt nicht mehr in voller Fahrt ihre Raketen schießen können. Was ich aber auch erstmal so weit in Ordnung finde, muss man ja auch sagen. Ich dachte immer, der Brandlay, der von den Amis, der hier, da würde man es kurz, dass der dem Ganzen etwas überlegen ist, aber das stimmt gar nicht so ganz, weil der kann zwar während der Fahrt schießen, aber ja, diese Raketen müssen ja rausklappen bei dem, das ist ein bisschen beklopft, wenn er mich fragt, aber naja, ist ja auch so. Ich bin bei dem noch nicht von ausgesehen. Spiel ich dann gerne meinen Begleitpanzer. Ich würde mal meinen, mit einer der höchst eingestuftsten leichten Panzer in dem Spiel, der Tam ist noch ein bisschen höher, aber ich sag mal so, die mit dieser kleineren Kanone in Anführungsstrichen. Da muss man natürlich mal gucken, ob das denn so sinngemäß überhaupt noch passt, diese Aussage. So, ähm, wo finden wir ihn? Eigentlich ganz leicht, diejenigen oder euch, die auf Rang 6 bei den Deutschen angelangt sind, werden nicht um den herumkommen, der wird vielleicht erst der Gepart der Forschung und dann der Begleitpanzer. Ich finde die Kampfanstufung von 8.3 deutlich besser. Ähm, ja, vorher war das einfach, naja, nicht so witzig, sagen wir es mal so. Und, äh, das macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Ähm, ist auch eine gute Kombo bis dato jetzt und ich denke, wenn ich den Tam damit noch einnehme, dann macht das so ein freundlich mehr Späßchen, sagen wir es mal so. Ähm, was bietet uns dieses gute Ding? Also, guck mal erstmal, Schutz geht schnell, das Ding hat keinen. Punkt. Ähm, ihr seht, hier ist alles, der hier ist, das hält vielleicht nochmal so ein Browning-MG aus, ne, aber sonst ist das Ding hier überall, Kuchen, Blech, Kuchen, Blechkuchen. Ähm, ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, das Problem ist, jetzt mal diese Waffe, die ist auch sehr, sehr leicht rauszunehmen. Teilweise mit normalem MG kann man diese, über diese Primärwaffe dann, äh, ja, außer Gefechtssätzen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil die Waffe ist eigentlich echt gut, muss man auch sagen. Genau. Module, guck mal rein. Es sind unheimlich viele Leute in diesem Panzer drin. Fünf Stück an der Zahl. Ihr seht ja an der Seite die Munition, die Raketen quasi, der hat, äh, oben da nochmal drauf und dann, äh, ja, hinten diese Batterien, sag ich's mal. Und das ist schon ganz witzig, muss man ja auch mal so sagen. Genau. Ja, Raketen, das ist eigentlich so ein schönes Stichwort. Davon haben wir sechs Stück an Bord und die sind wirklich super. Wir gucken mal bei Modifikationen. Ihr fangt an mit der normalen TOW. Ähm, 430 Millimeter Durchschlag hat das Ding. Upsala. Ähm, das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Und wenn man auf 8.3 spielt, dann ist das auch echt gut. Wenn man nachher, wo der da doch bei 9.0 war, da war das dann, ja, weiß ich nicht, viele Panzer, die ignorieren das dann einfach. Die ITOW selber, die zweite Rakete, dann 630 Millimeter Durchschlag, das ist wirklich sehr gut, kriegt man hier direkt auf Rang 2. Also erster Satz, alle löscht Zeug und dann würde ich meinen, ähm, würde ich persönlich die ITOW übernehmen. Ich hab jetzt hier den Luftschlag genommen, das war eigentlich ein bisschen doof, da nachher als, äh, Forschungspunkt, aber naja, egal, weil ich finde Flugzeug auf dem Tier, die haben es schon ganz schön schwer, weil die Flak halt unheimlich stark ist, ne, aber naja, egal, sei es drum. Nicht wirklich schlimm. Ähm, ja, ansonsten, ihr seht, ich hab noch ein bisschen was zu erforschen. 57 Millimeter Geschütz, wenn man da schon mal drauf eingehen, 140 Millimeter Durchschlag hat das Ding, schießt sehr schnell, also macht du das, ne, das ist schon ganz witzig dann dabei. Nachteil ist, man hat sehr wenig Schuss mit, ne, also da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Dann gibt's hier nochmal die, ähm, ja, ein bisschen mit Bums hinter, äh, unheimlich viel TNT-Äquivalent, 127,5, das, äh, ist natürlich jetzt, weil's viel Hexal, ne, das, also, das ist eine ganz andere Sprengstoffart, sonst würde man ja denken, hey, warte mal, 127 Millimeter bei 57 Millimeter, äh, Kaliber, das ist natürlich schon ganz schön viel, ähm, ist natürlich dann ein sehr moderner Panzer, ne, verglichen mit 2. Weg-Krieg-Panzer, natürlich. So, ähm, Mobilität bin ich noch nicht so drauf gegangen, weil die Mobilität von diesem Panzer ist in Ordnung, das muss man einfach so sagen. Das ist für einen Stock-Sock-Panzer ist das wirklich vollkommen in Ordnung und damit kann man durchaus leben. Vorteil der Mobilität ist, der fährt vorwärts wie rückwärts seine, äh, was hat er hier, 70 kmh, ja gut, hier reicht er nie, aber, ähm, er ist recht fliegen unterwegs, finde ich, und für einen Stock-Panzer ist wirklich vollkommen in Ordnung. Ein kleiner Nachteil hat das Ding, also, zum einen diese Munition, 96 Schuss haben wir mit dem Ding hier, ähm, und dann, ähm, ja, das Nachladen, das dauert 100 Tage und so weiter und so fort, das ist halt ein bisschen blöd, das ist der große Nachteil, finde ich, zumindest, weil ich finde die Kanone echt super, aber wenn sie halt leer ist, dann dauert das ewig, auch das Aufsammeln neuer Munition dauert 100 Jahre, das muss unbedingt geändert werden, finde ich zumindest, weil wenn man den wirklich mal richtig gut spielt, ähm, ähm, ja, dann ist die Munition halt mal alle, das ist ja auch in Ordnung, Raketenläder relativ schnell nach, sage ich mal, sechs Stück sind auch wirklich in Ordnung, ein gutes Mittelmaß so von diesen ganzen, äh, leichten Fahrzeugen, und da muss man da wirklich gucken, genau, ja, 28,5 Tonnen bringt er auf die Waage, 531 PS, das ist eigentlich nicht schlecht, das ist viel so ein Marder ist das, ne, und, äh, das hat schon ganz schön was. Äh, die Kanonen dreht sehr langsam, 15, oder 15 Grad pro Sekunde, das ist nicht sehr schnell, wenn wir gucken, wir sind bei 20 Grad pro Sekunde, 17 Grad, der ist auch noch nicht ausgebaut dabei, also, ja gut, das Ding ist natürlich flack, da zählt nicht, also da muss man wirklich sich ein bisschen dran gewöhnen, den wollen wir spielen, ähm, das heißt dann so passt, genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Raketen kann man jetzt nicht mehr in voller Fahrt rausschießen, das ist jetzt gar nicht so schlimm, ja, manchmal für manche Situationen ist das ganz blöde, weil, vorerst man halt, man wegen durch die Stadt gefahren, dann kam man da raus, und bub hat man drauf geschossen, dann war der weg. Ja, das ist jetzt nicht mehr möglich, weil ich muss halt erst zum Stillstand geraten, und dann hat der Gegner natürlich eine, ein Riesenvorteil gegenüber uns, aber, naja, war auch vorher ganz schön ungerecht, muss man ja einfach mal so sagen, weil die echt flings sind, die Ding nachher, das ist wirklich witzig, und ich würde mal meinen, so, was ich jetzt so, wenn ich so gegen andere von diesen Biestern kämpfe, ähm, finde ich den noch mit am besten, meiner Meinung nach, aber das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, weil die Kanone ist ein bisschen was anderes, als die anderen haben, diese 20, beziehungsweise 30 Millimeter, oder was da auch sonst herum fliegt, ja, das ist halt, naja, ein bisschen was anderes, muss man halt mal schauen, genau. Ähm, habe ich sonst noch was vergessen? Eigentlich nicht, denke ich mal. Also, wie gesagt, äh, ich kenne viele, die mögen ihn nicht, ich kenne viele, die mögen ihn, äh, ich gehöre zu den Leuten, die ihn mögen, ich finde wirklich sehr gut, ist natürlich ein leichter Panzer, hat Scout-Fähigkeiten und so weiter und so fort, naja, dann gucken wir mal. Also, ich geh ins Spiel, wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. Wieder in der Italien, ja, und, äh, da müssen wir mal gucken, was das wird. Guck mal, hier zum Beispiel das japanische Bordeaux, den finde ich aber noch ziemlich cool, weil der hat natürlich auch japanisch da mit einem amerikanischen Flagge drauf, äh, weil der links und rechte Raketen hat, die schießen das sehr schnell hintereinander, haben, ähm, ein Matchmaking eigentlich, aber das sieht eigentlich noch mal so gut aus, finde ich. Äh, äh, muss man immer aufpassen, jetzt hier, was der Gegner so bringt, das ist auch immer gemein, weil, ähm, wir haben ja noch einen Gang, wo wir reinschalten können, ähm, weil so XM1 und so weiter, ach, weiß ich nicht, also. Ich bin froh, dass ich da noch nicht bei 9-0 bin, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich da so viel Spaß dann habe, weil das ist teilweise nur noch dieses, ach, das ist ja fast wie Counter-Strike, wer hat die besten Reflexe, so richtig, naja, wir schauen, was das so tut. Also, man sieht ja sehr gut, man hat Stockmobilität, da oben der Lego, ich hab zum Anfang, hab ich den Tempomaten ein bisschen zu langsam eingestellt, also haben die einen leichten Vorsprung, ähm, aber, ich seh, sag mal, die sind wirklich schnell. So, ich fahr mal hier hin, in der Hoffnung, dass da vielleicht gleich einer noch rauskommen wird. So, da hat sich gerade keiner. Ne, da ist keiner, okay. Ich war schon schwer geschossen, ja, da war ein Heli noch. Heli kann man natürlich dann, äh, auch sehr gut mit der Kanone abschießen, auch Flugzeuge und so weiter, das geht wirklich sehr, sehr gut. Die Kanone ist da wirklich vollkommen ausreichend. So, schauen wir, was denn da kommen wird. Ja, wenn wir noch ein Begleitpanzer, sehr schön, immer gut, allein das Ding zu spielen, ja klar, das ist ein Flankierer und so weiter und so fort, aber, ja, da muss man echt aufpassen. Das kann sehr in eine Buchse gehen. Und das ist dann auch nicht so gesund. Wieder holen sich mal der P, auch das ist in Ordnung. Dann müssen wir sie nach C vorpreschen. Um den natürlich auch einzunehmen. Ein bisschen Artillerie gerade. Oh, Artillerie ist natürlich so ein Fall, da muss man nicht richtig aufpassen. Wir fliegen schon wieder die Raketen. Ich pausiere hier mal gerade. Links fahren sie ran, okay. Ah, komm, wir kommen mit, Kollege, wir kommen mit. So, wir werden mal versuchen, mal von hinten rein zu kommen. Wenn wir hier nur diese Kreuzung durchgehen, das ist ein bisschen Krise manchmal. Dann können wir fahren, oder? Oh, nicht weg, nicht weg, nicht weg, bis es wirklich so ist. So, Batterie war alle. Auch mal wieder der Fall. Ja, okay. Ja, ich bin der Fall-Saint-E. Ja, ich bin der Fall-Saint-E. ja was auch immer er davor hatte ich habe keine ahnung was das war aber das war ein echt blöder tp 50 war das muss man davon zu sagen ja okay wir haben zwar eine lange reparaturzeit jetzt aber das stimmt trotzdem unser bestes aus ein kleines match hier aber doch wie war sehr schön gesehen ja für den der dachte hey dann habe ich im brand geschossen er hätte sich einfach ein stückchen weiter oder drehen müssen er hätte mich locker hold down oder kaputt schießen können egal hat er nicht gemacht ist auch gut so ist natürlich erstmal die karre hier gleich wieder bewegen sehr ärgerlich sowas oder hat er schießt den kanzer rausgenommen da war mal schauen wir natürlich auf dem feld was sein sie 43 schuss haben wir jetzt noch in dem magazin drin jetzt mal hier lang in der hoffnung ja dann ist natürlich auch dass der t55 fahrer jetzt nicht zurückkommen ganz außen rum also gut aus sieht wie gesagt mobilität ich finde sie wirklich in ordnung ist natürlich hier ein schönes terrain was er auch sehr gerne mag so was gut ok jetzt mal ein bisschen warten und gucken 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 ok was fertig oder das ist jetzt schon wieder gekommen ist da habe ich weiß es nicht ist was habe ich gerade genau weggenommen ich habe gerade nicht sehen ich bin jetzt brennen wir natürlich aus das ist sehr ärgerlich aber egal wir hatten auf jeden fall spaß hier würde ich noch ein der nächste angeflogen da hinten ist ja irgendwo ganz weit hinten ja man hat aber überlebensfähigkeiten hier bei dem fahrzeug das ist wirklich witzig gerade leider haben wir keinen feuerlöscher mehr das ist ärgerlich jetzt raus weil dann kommt nämlich der andere linke nicht der t55 fahrer aber immer noch ein das ist ja schön dabei also man sieht auf jeden fall das ding hat was ich starte jetzt mal oben ja ich starte mal oben er gerade der t55 fahrrad wollte ich damit bekommen ich könnte das ding jetzt noch mal anders es bringt doch nichts wissen wir was auf zukunft 55 sie da marge so also wird die info an die kollegen geben dass sie auch wissen was soll ich da was die erwarten könnte das ist ja auch mal die frage dabei ja aber auch das ist wirklich immer so ein fall dabei und nicht nach diesen tätig ist wenigstens abgeschmiert das schon mal gut wir haben noch 3 4 4 4 4 denke ich mal wieder kommen zwei kills obwohl denken werden jedenfalls nicht in den fluchzug so jetzt müssen wir gas geben damit wir c auch verteidigen können und ihr seht wie gesagt die geschwindigkeit ist vollkommen in ordnung und wenn ihr ein ziel seht immer erst scouten und dann erobern ganz ganz wichtig jetzt eng weil der jetzt natürlich jetzt erstmal rausfahren wird auf jeden fall der t55 fahrrad der sich vielleicht sogar noch ein neues team überholen wird weil ich habe mich da wirklich sehr stark getroffen leicht machen wir ihm eine kleine falle oder so ich bin mir jetzt nicht so sicher ist natürlich auch kein langsamer panzer der t55 das auch mal schwer den als so einer gasse dann zu erwischen mit einer rakete da muss man wirklich aufpassen wir schauen mal so wo könnte er jetzt sein ja das ist mir schon klar dass wir den punkt c angreifen müssen aber ich trau mich grad nicht da alleine hinzufahren mit meinem kleinen hier ich weiß doch nicht wie aggressiv er jetzt fährt so wo steht er Wo steht er, der Kollege? Schönes Katz-Mau-Spiel hier. Da steht er nicht. Ich kann mir nicht... Ja, das ist ja auch schon klar. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er hier einfach weggefahren ist, ehrlich gesagt. Na, T-55, die Erdlagerin begleitet uns da hinten raus. Da, okay, er hat ihn. Wer brennt jetzt? Wer brennt jetzt? Der T-55 oder der Leo? Schnell hinfahren zum Erdelfen, ganz wichtig. Ich bin auf die aufgeschlossenen Koordinaten. Und schief, denken wir, das ist aber. Das ist überhaupt nicht gut. Was geht die doofe Kati wieder so rum? Ah, nein. So, das geht nämlich auch damit. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage rund. Wir haben den Schiefdenkmal zerstört. Das war nicht mit der Primärkanone. Das war nicht mit der Rakete-Boomert. Das war mit der Primärkanone. Ziemlich cool gerade. Und da sieht man halt auch, dass man diese nicht unterschätzen sollte. So, jetzt zum nächsten. Abschlusshilfe, T-62. Ach, das war T-62, den wir da gerade eben rauskommen. Okay. Irgendwas fliegt da oben. Hey, U-888. Okay. Jetzt brauchen wir Hilfe. Okay. Wir haben sie noch mal gucken. Ah, der eine wird auf jeden Fall spawnen nochmal. So, und jetzt schwingt dann den Arsch hier hoch, Kollege. Was ist das für eine? Eine M-48. Gut. Wir werden auf jeden Fall decapten erstmal, damit die nicht mehr weitermachen können. Ich brauche Unterstützung. Okay. Ein. So, in der Luft. Etiore. Sehr gut. Oder wir brauchen wir den Jet oder sowas in der Art. So. Habs der M-48-Jahre, ne? Eieieieieiei, das ist ein heißes Match hier gerade. Oh, guck mal da. Eie geht gleich runter, glaube ich. Oder? Da fliegt ja mal ein verfliegende Effekt, Teile weg. Das ist schon heftig. Ah, der M-48, das sollte es schaffen. Da vorne kommt er. Sehr gut. Alle dabei. Freuen wir uns. Ja, eine der Google-Bitze ist auch drin, das ist natürlich noch viel, viel besser dann. So, zwei Leute hat er noch. Eine davon ist eine Flak. Also versuchen wir jetzt zu flacken. Weil die Flak ist natürlich für uns ein Riesengegner, muss man einfach so sagen. Das ist richtig böse. Ich fahr jetzt nochmal gerade diesen einen Weg wie zum Anfang. Der gefiel mir eigentlich ganz gut. Ich will nicht zu viel riskieren. Wir haben natürlich sehr viele Flaxen, aber das ist sehr ärgerlich. Wobei, das sind natürlich auch gute Flaxen, keine Frage. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein richtiger Brocken um die Ecke kommt, dann muss man da natürlich auch sehr aufpassen. Egal, fahren wir hier rum. Wir sind ja mobil, oder wie sagt man, ne? So. Müssen wir aufpassen, wenn das Flugzeug zurückkommen sollte. Das ist der Wasserfall, denn ich dachte gerade, hey, warte mal. Da hinten schießen die Flakke, hört er so. Ich denke, Marx-Mann, oh Gott. Der ist sauer. Aber wir versuchen, erst mal zu scouten, ganz wichtig. Echt, durch scouten kann man hier so ein paar gute Pünktchen bekommen. Ich kann das sehr empfehlen. Fuck, Alter. Hat uns gerade heftig was getroffen. Ich weiß noch nicht was. Da hinten ist er. Ah, ein T-10-M. Ah, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich dabei. Okay. Dafür werde ich jetzt den Leo nehmen, den Leo 1. Weil ich denke mir einfach, das Spiel ist vorbei. Da brauche ich jetzt nicht nochmal einen Gutschein von dem. Ich könnte ihn eh nicht verwenden, sehe ich gerade. Weil ich schon zwei reingeworfen habe. Aber trotzdem sehr gut. Ja, da haben wir noch den ersten Platz gemacht. Ich denke, ähm... Nein, bin ich mehr zufrieden. Das lief besser als gedacht, ehrlich gesagt. Und man sieht, dass man diesen Panzer in keinster Weise unterschätzen darf. Das ist so ein großer Fehler, den man da macht. Und, ähm... Ja, sehr, 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 sehr gefährlich. Ja, oh, das war richtig gut gerade, fand ich. Gute Runde. Okay. Also, ich finde schon, das ist natürlich Glück, ne? Dass der T-55-Fahrer, der wusste jetzt auch nicht so ganz, was er tat. Er hat das Ganze total unterschätzt, meiner Meinung nach. Ähm... Also, ich muss noch mal das Weedland nachgucken, ob der mich jetzt, äh... Ob er dann zum Anfang meinen, ähm... Nach meiner Gun-Weed, also meinen, mein, was ist das denn? Verschluss, so. Äh, gucken wir mal nur die englischen Sachen deshalb. Ähm, ob er meinen Verschluss gestroffen hat und dann dachte er, der kann ja nicht mehr zurückschießen. Aber das war, dadurch habe ich natürlich adamant bekommen. Ne? So was ist natürlich schon ziemlich krass, finde ich zumindest in einem Begleitpanzer. Also, das ist, das kriegt man nicht alle Tage. Ähm, Panzerretter mal zwei, äh, Rächer, Auge um Auge, Doppelschlag, Trefferfolge, Zusammenarbeit und Basis-Erbungs-Serie und dann haben wir noch die beste Staffel. Also, das war wirklich eine gute Runde, hier hatte ich einen kleinen Booster von 15% auf die Silver Lines. Ähm, das kann sich ja auf jeden Fall sehen, dass in meiner Meinung nach, wie ihr seht, hier 5.548 Punkte, 7.195 Punkte mit Premium auf den TAM. Das ist bestimmt auch ein sehr lustiges Gefährt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja, nicht schlecht, wie ich finde. Sehr gut, ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, dass man solche Runden zeigen kann, finde ich. Also, nicht, dass das jetzt, es gibt bestimmt auch welche, die können das auch besser, aber, äh, die können das, was weiß ich, kann das ja auch nicht gut, aber, ähm, weiß ich nicht. Man hat oft gerade so mit so leichten Fahrzeugen, ähm, man ist halt auch schnell draußen, ne? Wenn ich zum Beispiel offen stehe und da kommt eine P-47 von oben, die durchlöchert hat mich das Feierabend, da mach ich gar nichts, ne? Das muss man auch so sehen. Ähm, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, ihr habt gesehen, äh, der, den Briten, den ich da rausgenommen hab, mit der, mit der Main-Kanone, mhm, der stand sehr gut. Der war, der war angesinkelt und so weiter, aber die Kanone hat trotzdem halt einen kurzen Prozess mit ihm gemacht. Ähm, das war richtig cool, das war ein Schiefdenken, ne? Meine ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, welches, welche Version nachher genau, aber, ähm, ja, das sind eigentlich schon sehr stark gepanzerte Fahrzeuge. Die Wanne ist natürlich dann das große, äh, die große Schwachstelle, aber der stand wirklich, also ich würde mal sagen, so, ne? So, Pima Dome, ja, so, sagen wir's mal. Ja, gut, klar, hier kommt man dann irgendwie da schon rein oder so, ne? Oder vielleicht ein bisschen mehr so, aber ist ja egal. Ähm, wobei das jetzt auch hier in den Conway ist, aber das interessiert ihr jetzt keinen. Äh, das, ich will nur sagen, diese, diese Primärkanone ist wirklich super. Und ich habe es schon oft gehabt, dass mich zum Beispiel der Warrior oder der BMP2 mit einem Leo von vorne attackiert hatte, da passiert nichts. Ne, und mit diesem ist das wirklich so, man kann, äh, ich hab ein XM1 von vorne damit kaputt gemacht, das geht wirklich, also, durch die, durch die Wucht der, oder durch die Masse der, der Geschosse funktioniert das echt super, sag ich euch, und das kann man wirklich sehr gut bringen. Also, Begleitpanzer 57, ein ganz, ganz tolles Fahrzeug, ich bin davon sehr begeistert und, ähm, das ist jetzt die Frage, welchen spielt man dann nachher lieber? Ob ich dann den 57er, weil der kann es genauso gut mit Abrams aufnehmen, ähm, oder den Tam, ne? Das muss man dann immer sehen, welchen man jetzt da weiternehmen möchte. Was hat denn der Tam? 2000 Reparaturkosten und der hat 3547, äh, 43, ein bisschen was hab ich schon reingepackt. 2000 Reparaturkosten? Natürlich wenig, ne? Also, das muss man auch mal so sehen dann dabei, ne? Naja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ein super Panzer, ich mag ihn sehr. Ähm, den Nerf durch das, äh, nicht mehr, oder durch den, die Einschränkung der Raketen, dass man die nicht mehr schießen kann, finde ich persönlich, äh, nicht schlecht und auch gut, muss man sagen, weil diese Fahrzeuge einfach in der Hinsicht viel zu mächtig waren. Aber man sieht ja auch, man braucht gar nicht immer so Raketen und, äh, ja, das klappt dann halt auch ganz gut. Also, macht schon Laune. Genau, ich hoffe, dass ihr euch heute Spaß gemacht habt. Auf 8.3 ist dieses wirklich ein sehr, sehr gutes Gefährt. Ähm, ob man jetzt den Leo damit beinimmt mit 8.7, pff, es macht nicht wirklich viel Unterschied. Weil, wenn ihr Pech habt, spielt ihr halt gegen die XM1, das ist dann nicht so geil. Und wenn ihr Glück habt, dann spielt ihr nicht gegen die und dann macht's Spaß. Ja, das ist halt immer so. Es ist aber auch so, dass wenn ihr nichts gegen die XM1 fährt, dass das hier nicht overpowered ist, muss man auch mal so sagen. Genau. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat mir Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt Warshandel, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Abend, einen guten Morgen, Mittag, macht's mit Freude oder was auch immer ihr macht. Macht's mit Freude oder trickt auch mal einen Tee bei dem Wetter. Ja, sehr zu empfehlen. Und, ähm, ja, dann wird's dann schon was werden, denke ich mal. Also, vielen Dank und, ähm, ja, mal schauen, was es als nächstes gibt. Ich habe jetzt hier, achso, schon mal einen kleinen Ausblick, den Walkaboo Dock hier. Ist, glaub ich, der Walk, doch, der heißt so genau. Äh, ich hab eine Runde damit gespielt und leider haben wir die Runde verloren, aber das war keine schlechte Runde. 1232 Punkte mit dem gemacht. Ähm, das Ding ist wirklich witzig, muss ich sagen. Das Ding ist super. Ich find das, ich mag solche kleinen Panzer, entweder steh ich richtig auf die fetten Dinge, oder? Aber, naja, mal gucken. Also, momentan bin ich erst so ein bisschen ein Dinger dahin geblieben. Ja, ja. Dann bin ich doch Italien. Ah, mhm. Mit der kleine Auto und der kleine, überall der kleine Tanks, Mann. Ja, ja, mal gucken, was das so wird hier. Ah, ja, 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 ja. Auf jeden Fall ziemlich cool und, ähm, ja, kann man einfach mal schauen, was das dann so wird. Was ich noch empfehlen kann, ist, das, äh, Line-Up hier. Den kann man vielleicht noch gegen was anderes austauschen. Auf jeden Fall, 5.7 der Deutschen macht so viel Spaß. Immer so zu ihm. Also, ich sag vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei War Thunder. In diesem Sinne, bis denne. Ciao, ciao.